Hallo und Servus, mein Name ist Marius von Lactat Intolerant. Viktoria und ich sind hier am Gottesacker Plateau im kleinen Walsertal zu einer leichten, aber wunderschönen Skitour. Optimal für Einsteiger geeignet. Nach einer Rast im Bergrestaurant geht die Abfahrt über die Pisten am hohen Iven. Dazu aber mehr in meinem nächsten Video. Wenn du die Bewegung in den Bergen magst, dann wirst du meinen Kanal lieben. Wenn du den Kanal noch nicht abonniert hast, dann hol das jetzt gerne nach. Viel Spaß beim Stöbern und ein herzliches Servus.